Wie wir unseren Kachelofen heizen, um rund um die Uhr eine schöne Wärme im Haus zu haben und dabei möglichst sparsam mit dem Holz umzugehen. Dafür sammle ich jetzt im ersten Schritt mal ein bisschen Holz ein und dann geht es rein zum Ofen und wir machen ein schönes Feuer an. Wir heizen hauptsächlich mit Hartholz, Buche und Esche und Hartholz funktioniert eigentlich am besten für die Methode, die ich euch jetzt mal zeige. Im ersten Schritt wird hier einfach Holz reingestapelt, so viel wie passt. Einfach nebeneinander legen, also richtig schön vollstapeln. Oben kann man noch so kleinere Stücke hin machen, weil da wird jetzt nämlich angezündet. Ein kleiner Tipp, wenn eure Scheiben verrustet sind, wie bekommt man die ganz einfach sauber? Dann nehmt ihr euch einfach ein Küchentuch oder was ihr habt, ein bisschen nass machen und ein bisschen Asche dran. Hier so ein ganz bisschen und dann einfach Scheibe putzen. Das funktioniert echt super und dann habt ihr das im Nu wieder sauber. Seht ihr, das geht 1a. Schon fertig. Jetzt zündet ihr einfach oben den Haufen Holz an. Einfach einen Kaminanzünder drauflegen und jetzt wird die Tür zugemacht. Und dann wird einfach gewartet, bis das ganze Ding runtergebrannt ist und nur noch ein Haufen Glut da ist. Wenn ihr jetzt den Kaminanzünder oben draufgelegt habt, dann geht es jetzt nur darum, die Tür zuzumachen und die richtige Luftzufuhr herzustellen, sodass das Feuer nicht zu schnell runterbrennt und nicht zu langsam. Einfach, dass es eine schöne, saubere Verbrennung gibt. Das seht ihr daran, wenn irgendwie Qualm bei den Flammen dabei ist, dann ist es zu wenig Luft. Dann müsst ihr die Tür ein bisschen weiter aufmachen oder eure Luftregulation. Und falls es zu lodern brennt und man das Gefühl hat, es brennt zu schnell runter, dann macht ein bisschen weniger Luft und dann seid ihr auf einem guten Weg. Und jetzt lasst ihr den ganzen Haufen einfach runterbrennen. Das dauert eine gute Weile, bis nur noch ein schöner Haufen Glut da ist. Und dann wird die Tür komplett zugemacht, die ganze Luftzufuhr unterbunden, einfach, dass es nur noch glüht und ganz langsam die Wärme abgibt. Und dann habt ihr erst mal Stunden nichts mehr zu tun. Im Idealfall müsst ihr nur einmal morgens und einmal abends so einen Haufen Holz verbrennen und das war's. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo das komplette Holz verbrannt ist und nur noch zu Glut geworden ist. Und wenn ihr an dem Punkt seid, dann macht ihr einfach die Tür komplett zu von eurem Ofen. Luftzufuhr auch zu. Und jetzt lasst ihr den ganzen Ofen einfach glühen, so wie er ist. Eventuell kann man nochmal nach ein paar Stunden ein bisschen Holz nachlegen, muss man aber nicht. Ich lasse es jetzt einfach glühen bis zum Abend hin und dann mache ich einfach nochmal einen Berg Holz drauf, lasse es nochmal runterbrennen und dann reicht die Glut über die Nacht. Mit der Methode könnt ihr das Haus die ganze Zeit warm halten, den Ofen immer auf Temperatur halten. Dadurch, dass es alles schön warm ist, verbrennt das Holz super effizient und die Wärme wird gut genutzt. Mich würde mal sehr interessieren, ob ihr da irgendwelche anderen Erfahrungen habt oder Tipps auch für alle anderen, die mit Holz heizen. Schreibt doch alles mal in die Kommentare. Vor allem würde mich mal interessieren, wie das sich mit Nadelholz verhält, weil dabei habe ich noch nicht so viele Erfahrungen. Ich heize immer nur mit Hartholz, ich habe aber noch ganz viel Nadelholz. Und da würde mich mal interessieren, ob das auch funktioniert mit der Methode, weil das ja schon eine andere Charakteristik hat vom Brennen her. Kann man einen Kachelofen mit Nadelholz sinnvoll beheizen oder macht es eher im Kamin Sinn? Also gerne alle Erfahrungen in die Kommentare. Ich bin auch kein Experte im Heizen, ich mache das einfach so, wie ich es euch gezeigt habe. Ich lerne auch gerne dazu, wenn ihr da irgendwelche Ergänzungen habt, schreibt doch alles in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Ich freue mich, ciao! Ich freue mich, ciao!